Bitte stellen Sie sich vor. Erzählen Sie uns ein bisschen. Wer sind Sie? Hier sind einige Wörter zur Hilfe. Name, Alter, Land, Wohnort, Sprachen, Beruf, Hobby. Hallo, ich heiße Maria Davis. Ich bin 24 Jahre alt. Ich komme aus den USA. Ich wohne in Virginia. Ich spreche Englisch und jetzt lerne ich Deutsch. Ich bin Lehrerin von Beruf. Meine Hobbys sind Kochen und Lesen. Fragen Buchstabieren Sie Ihren Namen? M-A-E-I-A-D-A-V-I-S Haben Sie Telefon? Wie ist bitte Ihre Telefonnummer? Ja, ich habe Telefon. Meine Telefonnummer ist 788-877-367-64 Schöning. Ich hab's die Euer Christian und necesité Medica. Es gibt Straßenbstahl, Ge будто ich um 10 auf dem Bettrainky ziehen. Und in denvest한� behaviouratistisch ge tornar dafüricano,